Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen ÖPNV News. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute ist der vierte Advent. Wenn vier Kerzen brennen, dann ist Weihnachten nicht mehr allzu weit, denn am Dienstag ist es nämlich soweit. Da ist Heiligabend. Wir wünschen natürlich allen Zuschauern jetzt hier, die hier zugucken und natürlich die da draußen noch so existieren, natürlich hier frohe Weihnachten. Eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Genießt die Zeit mit der Familie und lasst euch natürlich reichlich beschenken. Wir haben noch ein paar News zusammengekratzt für dieses Jahr. Deswegen dachte ich mir, wir legen jetzt direkt los. Und der Anfang macht in dem Sinne 3D-Zug, denn diese haben jetzt am Samstag, den 21.12.2019 ihr DEC Nightjet jetzt veröffentlicht, auch im Shop von 3D-Zug. Selbstverständlich könnt ihr das Ganze aber auch im Shop von JTG kaufen, denn dort gibt es nämlich die exklusive Version. Exklusiv bei JTG wird es die Nightjet JTG Edition geben. Diese beinhaltet neben den Nightjet 4 auch spannende Aufgaben. Der ganze DEC kostet 24,95 Euro. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Düsseldorf. Eine wundervolle Karte mit so vielen Möglichkeiten, so die Aussage von Omzi2-Projekt Gladbeck. Zu sehen die komplette Karte von Düsseldorf. Man sieht auf dem ersten Blick, dass diese sehr schlauchartig ist und für Umfahrung nicht gedacht ist. Somit bleibt die Karte für eine Leitsternfahrt eher ungeeignet. Wer vorab schon mal sehen will, wie die Karte aussieht, kann gerne bei uns in der Playlist vorbeischauen. Wir durften uns schon einen ersten Blick erhaschen. Wir haben Neues von GBE. GBE stellt seinen neuen DEC vor mit dem Titel Trains & Stories. Trains & Stories sind fessende Aufgaben mit passendem Rollmaterial aus dem Alltag des Lokführers Volume 1 der X31K. Erfülle deine Aufgaben als Lokführer auf dem Triebzug X31K. Und was sehen wir hier? Wir sehen auf jeden Fall ein sehr interessantes Fahrzeug und ich musste ganz ehrlich, ungelogen, wo ich dieses Ding gesehen habe, diesen Zug, musste ich automatisch an das denken. Es tut mir leid. Ich will jetzt hier keinen irgendwie jetzt diskriminieren oder sowas. Aber wenn man das sich mal so ein bisschen anguckt, also Ähnlichkeit sind da, oder? Auf jeden Fall sind hier natürlich spannende Aufgaben dabei. Trains & Stories Volume 1 klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ihr könnt das Ganze natürlich ohne Rollmaterial kaufen. Der kostet das Ganze 4,99 Euro. Oder aber auch natürlich mit Rollmaterial. Das kostet das Ganze 14,99 Euro. Und ihr benötigt die Strecke Hamburg-Lübeck noch dazu. Mit dabei sind natürlich insgesamt fünf Aufgaben. Und dementsprechend ist es eigentlich doch ein fairer Preis. Kann man absolut nicht meckern. Ich bin mal gespannt, wie die Trains & Stories Reihe weitergeht. Ihr halten euch dementsprechend natürlich auf dem Laufenden. Ist aktuell, wie gesagt, ab jetzt zum Download verfügbar. Der Fernbus-Semulator hat vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass wir seinen DEC Luxemburg veröffentlichen wollen. Und dieses haben sie jetzt auch bereits getan. Der Fernbus-Simulator spendet eine kostenlose Erweiterung. Diese kostenfreie DEC erweitert die Spielwerte des Fernbus-Simulators um das Land Luxemburg und dessen Hauptstadt. Dieser DEC ist seit dem 12.12. verfügbar und kann dementsprechend heruntergeladen werden. Ihr müsst auf Steam das Ding aktivieren. Kostet euch natürlich keinen Cent, denn das ist ja komplett kostenlos. Dann haben wir einen neuen DEC von Bustrans. Er hat nämlich seinen neuen DEC Regelbus i200 veröffentlicht. Das Addon Regelbus i200 für Omzi 2 kombiniert die bereits vorhandenen Addons Citibus i280 Series und Citibus i260 Series. Regelbus i200 ein Bus mit besonders großer Kapazität. Dies ist ein Hochflurbus mit zwei Türen, einem Motor in der Mitte und einem Antrieb zur Mittelachse. Der Anhänger hat eine Lenkachse für eine bessere Lenkung in Kurven. Ich kann nicht verstehen, warum die Leute, die die vor DEC besitzen, jetzt nicht ein bisschen Rabatt bekommen haben. Denn es sieht genauso aus wie das Vorgängermodell und man beschreibt das Ganze ja auch, dass das Ganze hier kombiniert ist. Ich fände es toll oder ich hätte es toll gefunden, wenn man hier für Leute, die natürlich die Vorgänger DEC besitzen, die beiden genannten, dass man hier vielleicht den einen oder anderen Prozent hätte sparen können. Hat man hier nicht getan. Finde ich ein bisschen Chance verpasst. Dafür ist er deutlich zu teuer mit 14,99 Euro. Dafür, dass man die anderen Busse ebenfalls für 14,99 Euro kaufen musste, muss man sagen, ist das nicht ganz, ganz fair. Muss man selbst entscheiden. Wenn man natürlich die vorher, also die vorigen DECs nicht besitzt, ich glaube, dann kann man hier an der Stelle nichts falsch machen. So bleibt dieser DEC für mich verwehrt, denn ich gebe nicht nochmal 14,99 Euro aus. Es gibt einen Weihnachtsmarkt in Bad Hügelsdorf, welchen man jetzt hier mal ein bisschen gezeigt hat. Auch auf der Omsi-Map Bad Hügelsdorf kehrt jetzt eine Weihnachtsstimmung ein. Buden mit Verkauf von Leckereien, Glühwein und Spielzeug erwarten die Bewohner der Stadt. Einen kleinen Einblick vom Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof und in der Mühl auf dem Magrafen-Bertholz-Platz halten wir mit einem neuen YouTube-Video aus der Entwicklung bereit. In der fertigen Version wird es weitere Märkte zum Beispiel in der Innenstadt geben. Ich muss mal leider sagen, ja, die Buden sehen sehr interessant aus, wirken jetzt nicht so detailreich, wie man es sich gewünscht hätte, aber so für einen kleinen Winter-Gimmick kann man das, ich denke mal, doch mal ruhig durchgehen lassen. Ich liebe Weihnachtsmärkte, von daher haben sie mich damit schon überzeugt. Bremen hatte ja vor einiger Zeit mal verkündet, dass sie keine Updates mehr rausbringen. Allerdings haben sie jetzt auf Facebook gepostet, Omsi-Bremen kündigt neues Update an, allerdings erst für das nächste Jahr. So heißt es auf jeden Fall, da steht auch drin, dass es scheinbar dann das letzte Update sein soll. Das hat man aber schon bei dem vorigen DLC gesagt. Also muss man jetzt hier dementsprechend gespannt sein, ob da tatsächlich noch was kommt. Denn mittlerweile arbeiten die Jungs ist ja mittlerweile schon an dem Lotus-Bremen-Add-On. Da sind wir mal gespannt, ob man das Ganze gut mischen kann, diese zwei Projekte. Warum eigentlich nicht? Ja, das sind halt, man kann ja hier mal ein bisschen was tun und da ein bisschen was tun. Aber gut, das muss man halt selbst sehen, wo man die Zeit halt dementsprechend investieren möchte. Ein neues Add-On oder was heißt neues Add-On? Ein uraltes Add-On ist ab sofort wieder mit einem neuen Update da. Und zwar die aktuelle Version von Köblitzer Bergland ist ab sofort zum Donut erhältlich. Aus dem Freeware-Add-On Altenburg-Wildau ist vor mittlerweile acht Jahren das Add-On im Köblitzer Bergland hervorgegangen. Mit der aktuellen vorliegenden Version V3 Reloaded 2019 dieses Add-Ons sind vor allem die Wünsche der Kunden berücksichtigt worden, die sich aus der längeren Nutzererfahrung ergaben. Ziel der Arbeiten war die Schaffung zusätzlicher Möglichkeiten für Szenarien. Es wurden die neueste Version der Signalsysteme HV und KS des Signalteams in der Version 8 sowie Formsignale vom RLB-Team integriert. Für eine zuverlässige PCP sowie Geschwindigkeitsüberprüfungsabschnitte sorgen das System von Virtual Railroad, Schienenbus und Train-Team Berlin. Es sind überall, wo es nötig ist, 500.000 und 2.000 Herzmagnete verbaut worden. Also klingt doch nach einem schönen Update. Falls ihr das natürlich besitzt, ja, oder ihr schon vor einiger Zeit gekauft habt, solltet ihr vielleicht mal auf der Seite von Aerosoft nochmal vorbeischauen und euch dort die aktuelle Version runterladen, denn habt ihr natürlich das neueste Update dazu. Kommen wir zurück. Wir bleiben bei Zuzi endlich mal wieder. Zuzi meldet sich zurück. Kurz vor Weihnachten haben sie ihr nächstes Update veröffentlicht und zwar auf die Version 3.3.5 und bei Zuzi Display auf die Version 3.3.4.6. Zuzi Sin ist auf die Version 3.3.3.1 gegangen und hat natürlich eine riesen Latte an Updates. Wir haben unter anderem LZB-Führungsgrößen und Riescher-Stellung korrigiert, Taktung anlegen wieder korrekt, Fehler beim TCP, Dateiversand behoben, LZB-Zugdatenanzeige korrigiert, Schummelfenster zeigt keine Rangiersignale mehr an, Oberstrom, Grenzwertüberwachung modifiziert, Öffnen-Dialog, Verhalten, Anfangspfade geändert, Türsysteme BR481, AFB mit einschaffbarer maximaler Beschleunigung und so weiter und so fort. Natürlich gibt es auch wieder Neues für den Zuzi Editor. Da gibt es zum Beispiel auch Doku, auch im externen Programm direkt aufrufbar. Ein- und Ausschalter können abweichende Grundstellungen erhalten und so weiter und so fort. Also die Liste ist mega lang, was Zuzi angeht. Also auf jeden Fall ein schönes Weihnachts-Update, was hier hervorgegangen ist, was hier nochmal rausgebracht worden ist. Das Ganze findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch dementsprechend diese lange Liste einfach mal durchlesen. Der Lebendig hat uns ein Bild zugeschickt aus dem Hauptmenü von Lotus. Hier sieht man, wenn man sich das Ganze wegdenkt, den R22B aus Dramm München, der jetzt nämlich im Hintergrund verfügbar ist. Warum? Das weiß keiner. Wir gehen natürlich stark davon aus, dass es sich jeweils vielleicht um das neue Update handeln könnte, welches ja jetzt irgendwie mit dem Lotus-Update zusammenhängt. Denn es macht keinen Sinn, wenn München, Dramm München, ein Update rausbringt mit ihrem neuen Standard, wenn das Lotus an sich selbst noch nicht besitzt. Also weiß man jetzt nicht, warum dieses Bild jetzt da auf einmal auftaucht. Laut seinen Aussagen kann er sich an diese Stelle, die jetzt hier abgebildet ist, überhaupt nicht erinnern. Er geht oder er rechnet schon fast stark davon, dass es hier eventuell eine Streckenerweiterung ist. Man weiß es nicht. Es ist noch gut im Moment. Also man sieht halt wirklich sehr, sehr schwach nur. Also ich würde da jetzt nicht allzu viel reininterpretieren, aber man könnte ja vielleicht ahnen, dass da irgendwas ist. Denn die Christelkindram, die sollte ja eigentlich auch dieses Jahr noch erscheinen. Auch davon hat man leider schon lange nichts mehr gehört. Also hier müssen wir auf jeden Fall weiterhin gespannt sein. Worauf wir auch gespannt sein können, ist dieses krasse Kopf-an-Kopf-Rennen aktuell im Lotus-Forum. Denn hier ist die Abstimmung ja immer noch am Laufen. Und hier geht es natürlich um das Streets-Modul. Ja, es ist wirklich, da kriegst du Schweißausbrüche. Das ist spannender als die Formel 1, irgendein Fußballspiel oder sonstiges. Ja, also hier entscheidet das wirklich ganz, ganz knapp. Das, was ihr jetzt hier gerade seht, ist aus dem Stand. Ich glaube, es ist der 22.12.0 Uhr. Ja, das sind Sprünge. Das ist Wahnsinn. Gestern sah es erst so aus, als ob jetzt, 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 I want it now ziemlich krass in Führung gegangen ist mit über 20 Stimmen vorwärts. Sah es denn gestern Abend schon wieder komplett anders aus. Denn dort war es, denn reicht Januar reicht mir. Ich ertrage keine Enttäuschung. Weit, weit im Vorsprung gewesen. Und jetzt hat sich das Blatt schon wieder gewendet. Jetzt sind wir wieder bei 51 Prozent für jetzt, I want it now und 49 Prozent mit Januar. Also das bleibt weiterhin super spannend. Ihr könnt bis heute Abend 0 Uhr natürlich noch im offiziellen Lotus-Forum mitvoten. Und ja, eure Stimme dementsprechend halt abgeben. Und um jetzt mal meinen Senfchen dazu zu geben, ich kann es nicht verstehen, warum die Gruppe Lotus-Community sich so stark spaltet. Es verändert sich ja im Grundsatz nicht der komplette Lotus-Simulator. Es bleibt ja weiterhin der gleiche Simulator. Bloß mit der Möglichkeit, dass sich jetzt ein Modder bereits jetzt schon heransetzen können, neue Busse zu kreieren, neue Busse zu erstellen und diese denn auch irgendwann für Lotus zur Verfügung zu stellen. Man nehme mal jetzt den BLV, der jetzt mittlerweile jetzt schon so ein halbes, dreiviertel Jahr jetzt schon an seiner Tatra hängt, die er gerade von, nur von OMSI jetzt in den Lotus so Stück für Stück jetzt reinholt. Das hat Ewigkeiten gedauert. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn man das Busmodul jetzt schon zur Verfügung stellt, können die Leute jetzt schon anfangen. Und ja, wer weiß, wo wir in einem halben, dreiviertel Jahr mit dem Lotus-Simulator sind. Da wird es wahrscheinlich schon die KI geben und was weiß ich, um das halt vollständig zu benutzen. Deswegen kann ich auch nicht verstehen, wenn ich jetzt das so sehe, dass sich die Community so krass spaltet. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Warum sind die Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, Januar reicht mir, ich ertrage keine Enttäuschung, jetzt da. Warum sind sie so hoch? Und das hilft mir persönlich jetzt nicht viel, wenn sie sagen, ja, nicht mal das Rails-Modul ist fertig. Das wird auch bei Streets of Lotus nicht fertig sein. Und das wird eventuell auch bei Wings of Lotus noch nicht fertig sein, weil wir uns ja aktuell noch in der kompletten Early Access befinden. Also von daher ist dieser Satz, sie sollen erst mal das eine machen, bevor sie das andere machen, eigentlich recht irrelevant. Denn hierbei geht es halt um Streets of Lotus ist. Das bedeutet, wir können hier Fahrzeuge bauen, wir können hier Fahrzeuge platzieren. Es ändert sich ja nichts an dem Map-Editor. Die Straßen und sowas ist ja alles schon vorhanden. Nur, dass ihr jetzt so einen Button habt, dass ihr jetzt da euren Bus draufsetzen könnt. Fertig! Weiß ich aktuell nicht, wo da das Problem ist. Aber das ist wie gesagt mein Sinn. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare posten, um mal hier nochmal so richtig schön anzuheizen und euch nochmal dran zu erinnern, dass ihr doch bitte heute noch bis 0 Uhr unbedingt mitvotet. Und wie gesagt, für die Leute, das Schöne ist, man kann ja auch noch sehen, wer für was gevotet hat. Ihr könnt ja gerne mal so in die Kommentare posten, warum sie jetzt gerade zum Beispiel dafür gevotet haben. Und so wie gesagt, so ausredend wie, weil es nicht fertig ist, ja ist es nicht. Also lohnt nicht. Das macht keinen Sinn, weil das ist nicht aussagekräftig. Denn wie gesagt, Lotus ist im Allgemeinen noch nicht fertig. Also ob man jetzt das mit dem Busmodul oder ohne Busmodul macht, ist doch grob wie gesprungen. Die Leute, die natürlich einen Bus bauen wollen, in Lotus haben dann halt dementsprechend jetzt schon die Möglichkeit, das Ganze jetzt schon zu beginnen. Ja, das wird ja nicht gleich veröffentlicht werden, der Bus, der wird wie gesagt halt auch seine Zeit dauern. Aber was weiß ich schon, ich habe ja keine Ahnung. Von daher könnt ihr mir das gerne mal erklären, wieso, weshalb, warum. Ihr jetzt zum Beispiel gesagt habt, nö, Januar reicht nicht mehr. Ähm, und dann könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare posten. Und damit endet unsere News. Wahnsinn. 15 Minuten sind wir jetzt schon wieder hier unterwegs. Das ist knaller Zeit. Ja, Leute. Also, Weihnachten, Heiligabend. Wie gesagt, wir wünschen euch hier frohe, frohe Weihnachten. Ähm, schöne Feiertage. Nutzt die Zeit, wie gesagt, mit der Familie. Am 26. ist unser letzter Livestream dann hier auf YouTube für dieses Jahr. Danach ist Cut. Dann kommt nichts mehr. Von meiner Seite auch Let's Play-technisch sieht es hier denn jetzt ab dem 24. recht duster aus. Denn auch wir gehen uns mal hier so ein bisschen, ja, werden uns mal so ein bisschen mal zurücklehnen und dem Teil mal so laufen lassen. Und werden erst ab dem 2. Januar dann wieder hier so ein bisschen Videos hochladen. Aber dazu werde ich wahrscheinlich separat nochmal ein Video machen. Wenn ich das Ganze noch so packe, dann könnt ihr dann gerne mal vorbeischauen. Und damit wünsche ich euch jetzt allen, wie gesagt, alles, alles Gute, alles Schöne, einen schönen 4. Advent, frohe Weihnachten. Und wir hören uns dann zu der letzten News in der nächsten Woche hier nochmal wieder. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und hoffentlich wieder. Bis denn.